Ja, richtig. Sporti, hat er auf dich auch geschossen? Nein! Dann darfst du hochkommen, dann darfst du hochkommen. Ich? Pass auf, pass auf. Ich hab mir meine Bombe geschnappt hier. Kann ich dir zeigen? Alter, hast du die Bombe geschnappt? Wo ist die? Ja. Ja. Mehr davon. Richtig. Ich möchte mit F immer die Frag-Tür öffnen. Mit F eine Tür öffnen? Ja. Dann mach kurz die Taschenlampe an und aus. Dann musst du Tür öffnen und auf linkem Austaus zu legen. Rainer ist, äh, ich wollt grad Traitor sagen, Detective. Und da ist die Fass. Ich bin Traitor. Okay, das ist ein Geständnis für Diff die töten. Ist das so? Oh Gott, Fass. Oh Gott. Watch out, every second could be lost. Ja, okay. Wir gehen nicht wieder drauf. Was, Traitor? Wir gehen alles rauf. Die Indos müssen schnell die Traitor killen, sonst gehen wir alle drauf. Kann man jemand aufhören auf mich zu schießen? Alle 30 Sekunden explodiert irgendwer random. Nee, das ist einfach nur random Schaden. Da oben auf dem Turm sitzt einer. Ja, ich glaub das ist Joghurt der ganze Zeit um mich schießt. Irgendwas ist hier grad explodiert. War das wieder so ein Fass? Hi Rainer. Aua. Danke. War der Rainer? Wer auch immer auf das Fass geschossen hat. Vampir hat drauf geschossen. Nein. Ich hab's gesehen. Ein Vampir. Ja. Ich wollt grad EBS in Ruhe einstellen, weil ich's auch eigentlich schaden. Ja, Vampir war das. Das war Rainer. Äh. Vampir war's. Hab ich gesehen. Hallo Vampir. 29 HP. Auf mich wurde geschossen. Alter er schießt die ganze Zeit einer auf uns. Ach ich? Alter noch 3 HP. Vampir will mich töten. Vampir will mich töten. Warte. Disco Spaß. Sie ist Detective. Viel Spaß mit euch. Für euch. Hab's gesehen Detective, sie hat sich getötet. Alter. Alter. Das war ich nicht. Das war ich. Ich stand nur noch auf dem Geländer grade. Ist Junge da nicht immer noch an seinem Popel tun? Tee Tee Tee. Wer lebt noch? Er schießt eigentlich die ganze Zeit auf mich. Alter das ist immer noch der mit dem Schaden. Vielleicht der wo dich auch fragt. Wieso bist du wundet? Moment Schick, du hast du volles Leben. Achso. Weil ich noch keinen Schaden bekommen hab bisher. Ja du hast dich geil. Und? Mit der Frage Sporty wieso? Sag's doch deinem Anwalt. Weil ich Damage bekommen habe. Runterfallen hallo. Danke. Da ist Sporty. Sporty äh. Ich seh Schick. Ich seh Schick. Siehst du noch Wind? Ich seh Schick. Ich seh Schick. Ich seh Schick. Ja Joghurt ist hier am Turm. Ruf ruf ruf. Ne der ist runter gefallen. Ne der ist runter gefallen richtig. Wer war dat? Schicki warst du das? Vampir hat ihn erschossen. Er hat niemanden erschossen. Vampir die ist hinter. Hinter dir tot? Ja ne die ist vom Haus gefallen. Achso. Jetzt offiziell. Warum schießt du denn alle tot wenn ich Traitor bin du Arsch? Wenn du da oben ruf stehst und keine Ahnung noch. Nach ner Bedingungsanleitung für den Traitorshop suchst kann ich da auch nichts. Mach da einfach einen nach dem anderen weg ey. Aber Rainer ich hab wirklich noch keinen Schaden bekommen. Ich hab immer Traitor. Okay. Regel Nummer 1 der Traitor. Ich wusste aber dass du mich dann abschießt. Ja. Und ich dachte du hast hier Dingens hier. Wie heißt das hier? Himmel. Dass ich da drauf geh. Disco Pogo. Äh. Äh. Gründiegel? Ne. Äh. Wenn ich dich kill hier. Und ich dann drauf geh. Himmel. Achso. Fate. Fate. Genau. Haben wir den überhaupt drauf? Entweder hast du Bobo Chance oder Fate gehabt. Das dachte ich mal. Deswegen. Fate haben wir glaube ich gar nicht drauf. Willst du die Reifel haben? Früher mal. Nö. Könnte man aber mal überlegen dass man hier raus kommt. Hallo. Rainer ist runter gefallen. Hallo. Rainer. 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 Alter. Irgendwer schießt hier auf uns. Vampy hat geschossen. Ja. Immer ich. Ne die Frage ist einfach nur von wo. Joghurt. Irgendwer schießt die ganze Zeit. Joghurt auf dem Wasser Tom. Ach da oben. Ich hab ne Bombe. Hallo. Denkt ihr wir haben Angst. Alter. Auf wie viel wirklich geschossen. Ähm Joghurt. Ich hab noch 40 AP. Ich hab nur noch 40 AP. Okay Joghurt wandert hier rum. Aua. Detektiv tu doch was. Joghurt ist tot. Ich hab ihn erschossen. Oh ich hab meine Waffe. Ist der? Ist der? Ein Traitor ist down. Der hat auf mich geschossen. Der hat auf mich geschossen. Der ist aber auch runter gefallen glaube ich den ganzen Turm. Also ich bin proven. Rainer. Auf wann. Wie hat der auch geschossen? Ja. Aber ich bin auf 88 aber nur. Der hat mich nur einmal getroffen. Ja ich bin nur noch 40. Ja du ist da hinten im Sniper Turm. Ja. Richtig. Sporti. Hat der auf mich auch geschossen? Nein. Dann darfst du hochkommen. Dann darfst du hochkommen. Ich? Pass auf. Pass auf. Ich hab mir meine Bombe geschnappt hier. Kann ich dir zeigen. Alter. Hast du dir eine Bombe geschnappt? Wo ist die? Ja. Ja. Die hast du runter geworfen. Ich will da gucken wer da dran ist. Versteckt dich da nicht. Ja. Warum hat Joe da auf uns geschossen? Scheiß Traitor Wichse. Bei mich auch. Ach Schick ist doch schon wieder Traitor. Merke ich jetzt gerade erst. Frag mal Sporti, der 10 Meter über die Map geflogen ist. Der Detective liegt hier tot. Ah ja. Den A-Scanner. Oh er zeigt auf mich. Was mach ich denn jetzt? Du benutzt doch auch OBS. Ähm nein eigentlich nicht. Mit Action. Mich stört das. Ich hab jetzt Gary's Mod drin. Aber er muss nicht auf den Boden. Jetzt hat es auf den Boden. Ah Gott. Ich krieg dann die. Ah cool ist geil. Jetzt funktioniert's. Wo ist denn der Shadow? Oh mit dem Turm. Kannst du mal ein Fenster kaputt schießen? Wampi ist gemutet. Shadow schießt auf mich? Ja er schießt ja nicht mehr auf mich. Er schießt nicht mehr auf dich. Er schießt kurz ein bisschen rum ja. Ah tu das. Bam. Wollte ich nur von dem Kasten lassen. Wampi went to wampi. Bam. Wampi went to wampi. Wampi went to wampi. Wampi went to wampi. Auf mich wird geschossen gesniped. Und der trifft nicht. Verbruch ich. Das war ne Diege ja. So. Ruck weg. Wo ist der denn? Ist hier nochmal einer? Der steht hier hinter dem Sniper drauf. Achso. Ne billige Sniper die ist scheiße. Ah Sponni wie du geflogen bist. Ich wollte dir nur meine Bombe zeigen. Ja hab ich gesehen. Dann bist du halt über die Flanke gesprungen. Also ich hatte voll die coole Bombe. Wenn dann das mein Problem. Ist da aber lustig. Wie weit er einfach geflogen hat. Guck ich hab mir nur meine Bombe geholt. Schieß mal den das Teil nicht nochmal zum Ende der Runde. Doch das war der Joke. Der leckt übel. Wissen wir doch. Oh danke dass du den abgeholt hast. Wie schade ich. Du gehst. Nochmal Rainer. Ja es ging nicht mehr. Die Hunde sollten zu spät schicken. Joghut warum hast du auf uns losgeballert? Ich bin total hier fucking fast gelaufen und hab Schaden gekriegt. Ah Joghut ist die Metana. Ja ist gleich wieder weg alles gut. Wieso hat Joghut auf uns losgeballert? Er hat direkt auf beide Traitor geschossen. Weil er hat geschrieben dass er angeschossen wurde von irgendwem. Ich stehe neben ihm. Ob du oder Rainer. Also ich hab nicht auf ihn geschossen. Ich hab 30 FPS und die Aufnahme sieht aus wie 720p. Rainer hattest du auf ihn geschossen? Ich hab einmal auf ihn geschossen ja. Aber ich weiß nicht warum es dann auf dich geht. Der hat volles Rohr auf mich geballert. Ich hab gerade... Okay. So. Magst du die Fässer nicht? Nee. Ich auch nicht. Auch nicht. Oh nein. Vampir hat gerade einen getötet. Hab ich gesehen. Nein er ist runter gefallen. Nee nee nee. Du hast den getötet. Also das war ganz klarer Mord. Mord im Treppenhaus. Irgendeiner hat mit damage geworfen oder? Ich hab 3 HP verloren. Vorsicht da steht ein Fass. Wie hast du ihn denn getötet bitte Rampir? Er hat ihn eiskalt abgeknallt. Eiskalt hat sie ihn abgeknallt. Ich hab's gesehen. Da unten. Wie hast du's denn gesehen? Von wo? Ja ich steh direkt hinter ihr. Hinter ihr? Hallo. Achso. Was war das? Hallo? Hallo. Wer lebt noch? Ach. Ah. Fuck. Die sind wohl plötzlich in die Luft geflogen. Ich wusste doch, dass Vampir Rainer getötet hat. Habe ich alles gesehen. Habe ich alles gesehen. Aber was hast du gemacht, dass die in die Luft geflogen sind? Möwe. Möwe. Ja. Man hat's doch gehört. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört noch gesehen. Ich hätt aber auch nicht gedacht, dass die auf uns gehört. Du bist so mittendrin und bist als einzige nicht gestorben. Ich hab 20 Schaden gekriegt. Ich hör nur auf die Möwe. Dreh mich um. Seh den Dete an. Ich hab gesehen. Oh da ist einer. Oh scheiße das ist Vampir. Oh da geht noch einer hin. Baf. Nein. Folgen du hast auch noch auf Vampir geschossen. Sie hat im Kauf genommen. Ja ich dachte erst das wäre ein anderer. Hab's dann aber erst im Nachhinein gecheckt. Er sie. Er hat in Kauf genommen das. Die Traitor-Kollegen. Ich dachte so okay Vampir wurde abgeschossen aber sie sagt kein Ton. Warum? Juckt sie halt einfach nicht? Das muss so. Versteht sie doch. Achso wir müssen erstmal alles aktivieren bevor wir was anmachen können. Können wir was anmachen? Ähm das ist die falsche Version. Ne hier ist es. Oder? Ich hab hier das. Ne ne. Ach schon. Also es sind immer noch zwei Traitor ja. Ähm dann geh ich hinter das. Ne jetzt haben wir vier. Ich hab äh den ersten schon aktiviert. Welchen? Den in der Mitte. Ich geh zu dem ganz hinten in der Ecke. Okay jetzt geh auf den Turm oben. Oh Schicki. Schicki ist bei mir. Huch ich hab meine. Ich wollte mich ficken. Sporti ist kein Traitor. Ja vor allen Dingen ich hab mich selber. Ne ich kann dir auch sagen genau warum. Weil du gefragt hast ob wir immer noch zwei Traitor haben. Das hättest du ja nicht. Alter. Ich setz dich jetzt hier hin und zünd ne Zigarette an. Wie viele Traitor haben wir eigentlich? Ja. Ich zünd ne Zigarette an. Also letzte Minute war nur ein bisschen schwein. Ich zünd ne Zigarette an. Das ist das neue Kaufen ne. Aber da wir sechs sind. Wir waren vorhin auch sechs. Dann haben wir immer noch zwei. Ah. Ja stell mich mal wie Vampy jetzt hier in die Ecke und mach mir auch ne Zigarette an. Wir hatten vorhin als ich bei sechs gefragt hat auch zwei. Ja. Aber ich bin auch an der Ecke und mach mir keine Zigarette an. Oh Gott. Ich bin ja fast runtergefallen. Ist das neuer Einkaufen. Halt. Halt. Drück auf den Knopf bitte. Ich will Wasser überfluten. Ja bestimmt. Beim Hotel. Ich drück da nicht auf den Knopf. Ich machs. Vampy Vorsicht Fass. Geh mal drei Meter nach vorne. Danke. 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 DICKI DICKI DICKP Da musst du eigentlich schon Half life Du hast Back Mama. Weil ich sich selber gedamaged habe durch die Fesser. Also ich geh da nicht rein. Hast du das aktiviert? Nein, hab ich nicht. Weißt du, was ich jetzt sage? Leck mich! Was platzierst du da oben? Ich find gut, dass das einfach unsichtbar ist, das Wasser. Ja. Bei mir ist das nicht gut. Bei mir ist das schon da. Was platzierst du da? Das ist voll der Wolldeck. Du musst dir grad ne Disco zu tun. Ich sag nicht Wasser Damage, wenn du die ganze Zeit drunter bist. Nein. Wenn du die ganze Zeit unter Wasser bist, dann trinkst du. Nein. Ich werd mit Disco beworben von Sporty. Ja gut, jetzt kann dir nix mal passieren. Außer du dann ist oberhoffen geholt. Ich hab auch nix. Oh doch, ich hab noch eine. Warte. Da ist einer gestorben. Ich hab's gesehen. Äh, gehört. Äh, ja, Dingens. Was ist denn? Ihr wisst. Gehört, äh, ich weiß nicht. Ich meinte gehört. Wie nimmt man das nochmal, wenn man da hinbringt? Ja, nötwist nicht, was weiß ich. Was ist denn Nordost denn hier? Ja, das andere nicht Süd. Das Gegenteil von Südwesten. Das andere Süd. Ja, ja. Das Gegenteil von Südwesten. Ja, ja. Das Gegenteil von Südwesten. Irgendeiner ist grad nicht so hier. Okay. Nein, ich läd noch. Nee, Schick ich den vor mir. Oh, schade. Da hat einer einen Ringer aktiviert. Ein Ringer. Ein Ringer. Ein Ringer. Ein Ringer. Ringer, Dinger, Ding, Dong, Song. Ringer, Ding, Ding, Dong. Hier ist der Eier, Mann. Hä? Also das ist Schick auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. 100 pro. Der ist das immer. Ich setz 100% auf Schick. 300 pro. 700. Da hab ich schon 1000. Rainer, identifizierst du mal die Leiche da unten? Welche Leiche? Den Fake-Buddy den Sporty gelegt hat, den soll sich identifizieren. Nein. Wenn du... Rainer, dreh dich mal um. Ja. Du bist du mich? Zu mich? Siehst du mich? Ja. Hörst du auf. Einer ist im Shelterraum. Welchen denn? Hier gibt's... Es gibt 4 oder so. Wo ist denn Rainer? Dann ist er jetzt eh nicht mehr da drin. Hubschrauberplatz. Da drin ist einer. Okay. Achso, nice. Ne, da ist er nicht mehr drin. Glaube ich nicht. Weil normalerweise... Pazak ist Traitor. Er ist im Traitorraum. Nein, ich bin nicht im Traitorraum. Doch, Pazak ist Traitor. Nein. 100 pro. Welche Leiche meinst du denn jetzt die ganze Zeit? Er war jetzt gerade am Kirchturm. Ich versuch doch zu mir zu kommen. Rainer ist auch Traitor, Spud. Versuch zu mir zu kommen. Nein. Pazak ist schon mal Traitor. Und jetzt links. Ach, da. Ja. Ja. Doch. Ja. Weißt du, wie soll ich ihn von hinten sehen? Pazak, in welchem Traitorraum bist du jetzt? Wenn du den mal zu hast? Übrigens. Das Wasser steigt. Übrigens. Pazak ist immer noch Traitor. Ja, wo ist er? Habt ihr ihn denn gerochen? Ja, in irgendeinem der Traitorräume. Habt ihr ihn gerochen? Wat? Ja. Weiß ich doch nicht. Wo ist der denn? Ich fand halt gut, dass er ein Schatten die ganze Zeit rausgemacht hat. Ich wusste ganz genau, wo er drinnen sitzt. Oh, Schickis bei mir. Okay. Hey Rainer, Rainer. Sorry, sorry. Pazak ist Traitor. Er hat gesniped? Ja, weißt du von wo? Ja. Oben vom Twin Tower. Welcher? Ich hab grad vielleicht Rainer getötet. Aber nur vielleicht, der ist auf dem rechten Twin Tower oben. Ne, Second Chance. Du hast ihn getötet. Er lebt wieder. Oder Winger. Eins von beiden. Aber das ist wahrscheinlich nicht Rainer, das ist sondern Pazak. Der wahrscheinlich als zig Identität rumlauft. Shadow basic glaube ich die einzigen. Das redet eh keiner mehr. Ich glaub Shadow redet auch nicht mehr. Doch. Shadow, du kannst alles abschießen außer mich. Du darfst auch meinen Doodle abschießen, wenn das hier rumrennt. Das ist mir der Traitor vor. Er kann einfach überall sein. Der Tate kann ja nicht antworten. Das muss ich mal sehr schön. Verrätst du mir denn, dass ich dann mit dir der Letzte bin? Oder lebt Spott hier auch noch? Second Chance oder wieder oder leben? Und das ist jetzt nicht gelogen. Nein. Ist das die Wirklichkeit? Nein. Okay. Das ist die Realität. Ich wusste grad nicht mehr, ob ich noch rausstehe. Los! Was? Tschüss Pazak! Pazak, ich hoffe du hast Bobo Chants. Nein, hab ich nicht. Das ist aber doof. Und das ist jetzt der Nile. Ich bin so stark. Und es war ein Wasser. Ich habe mich so schon Angst. Ich bin so schön gestorben. Du bist fast ertrunken. Ja! Weisst du es kam von überraschend dass das Wasser noch höher steigt. Du bist ein Traitor Raum, kommst da raus, auf einmal ist das Wasser sonst wie weit oben. Ich wusste jetzt nicht welcher Traitor-Raum weiter oben gelegen ist und hab dann gedacht, ach stimmt der hinten neben dem Sniper-Turm Ich hab das Wasserlevel einfach auf 2 gebracht Ja, danke! Ich hatte den Cent für Leben gekostet Ich bin froh, dass ich das auf 3 gebracht hab Dann wär ich tot gewesen Dann wär der Termin aber auf alle zugemotter Wasser Kann man das nur mit der Axt machen? Auf Stufe 2 und 3 nur mit der Axt, ja Deswegen, ich hab die vorhin rein freigeschaltet Ich war froh, dass Shiki's nicht mitbekommen hab Ich hab die Axt befreit, welche daneben stand Ja, das bekommt man nicht mehr, dass das ist Das klirrt, ich hab's sogar gesehen Kann die Axt noch was anderes? Ähm... Ja, Alter! Disco! Ich kann sie auch aktivieren, dass sie tödlich ist Irgendjemand ist hier runtergefallen Shiki ist grad in der Mitte runtergepackt Shiki ist grad in der Mitte runtergepackt Shiki ist grad in der Mitte runtergepackt Was immer da passiert ist Was immer da passiert ist Was immer da passiert wird Also irgendwas schon zu verlieren So irgendwas schon zu verlieren War gut ich frag mal nicht wie er dir einen headshot gegeben hat wer auch immer hier den reiner irgendwo war hier aber noch einer rechts von dir also links von dir hier irgendwo türen bei mir in der nähe das ist mein neues zu hause wie die tür ich hab das gefühl du hast eine leiche gefunden habe ich eine leiche gefunden wo ist sie denn unter mir also du bist gerade auf mich geschossen ich hätte das fass explodieren lassen was ist mit shadow lebt er noch ja anscheinend schon anscheinend schon was das denn heißen was heißt du für ein plan da unten kommt wampi zum vorschein also rein am wampis bei mir in der nähe jetzt container auch sagen wo ich bin ich sehe das aber hier oben so schön wird da jemand nervös wo ist denn shadow eigentlich weg was viel cooleres zu hause irgendwo der hat gerade urlaub wie willst du dann gibt es einen aufzug der bringt ja nein der tötet mich das mache ich gleich ich mache das mit dem ufo nee das krieg ich nicht hin das ist mir zu kompliziert bei mir auch aber ein anderes wenn ich es dann hinkriege hier bleibe ich habe sogar fernseher ich weiß jetzt kommt reiner zu dir pass auf du stirbst gleich und genauso wie shadow ist bestimmt auch irgendwo in afghanistan gefangen klar ist dein bild ja ich bin in afghanistan das brauche ich nicht da ist das teilt euch ah ich habe gerade einen traitor gefunden er hat mich gerade wunderbar angeguckt ohne zu wissen also er hat mich angeguckt obwohl er gar nicht wissen kann wo ich war hä ok was du laberst mit ner schneiber ja jetzt lass mich doch hä also müssen wir doch da durchkommen haben wir doch auf und Ich weiß eh, dass ich der letzte bin. Ups, Sporty ist bei mir. Ich fand jetzt nicht mehr. Das hast du überlebt? Jetzt kurz die Geschichte, warum wir uns gerade so ein Fisk haben verlassen Rainer. Ich stehe da als Dete, werde identifiziert als Dete und dachte so, hm, der Disco. Ich werfe dir einfach meine Richtung. 5, 4, 3, dann kam der Header von Shiki und Shiki stimmt an der Disco. Ich habe so dumm geguckt, als die Disco unter mir hochgegangen ist. Meine Leiche hat mir halt getrofft, weißt. Also 2, 1, BAM! Das war sehr schön. Welches Secret würd ich jetzt noch machen? Du wolltest das UFO machen? Nein, das kann ich nicht. Ne, der Fahrstuhl gehört zum UFO. Nacktbilder. Der Fernseher gehört zum UFO. Brody, was machen sie da? Ich brauch das Wasser. Ich brauch das Wasser. Ich brauch das Wasser. Ja. Ja, ich brauch das Wasser. Manu, Trailer. Manu, Trailer. Jetzt kommt er nicht an die Shotgun. Ich bin Detective. Sporty killt mich in 3, 2, 1, wuuuuuu. Ich bin schon tot. Ich bin schon tot. Wuuuuhuuu. Du machst den Turm? Ja. Bin schon auf dem Weg. Bin gleich dran. Dann mache ich den bitte. Hi. Granana! Hoffentlich schaffe ich's. Unter Umständen da trinke ich aber auch. Warum? Ja, weil ich unter Wasser nicht atmen kann. Ja, aber du bist da nicht. Du musst in den Wasserton rein zum Aktivieren. Neuerdings. Ich bin bei Shadow. Hallo. Ich wollte nur mal gucken, was du da so machst. Hallo. Ich dachte, du machst kriminelle Sachen. Ich mach hier gar nichts. Nö, dich meine ich nicht. Er weiß ganz genau, wen ich meine. Äh, Shiki, kannst du einmal den Knopf da drücken bei dem... Du weißt schon wo? Da wo eben? Ja. Hast du schon angemacht, jetzt hab ich's. Oh Gott. Ja, meise. Hab gedrückt. Ähm, wo muss ich noch mal hin? Da, oder? Ja. Einer noch. Ja. Kann irgendjemand den Knopf da hinten noch drücken? Dann bin ich schneller dorthin, wo ich hin will. Ähm, du musst zum Pool. Okay. Okay. Hier bei hinten bei Hubschraubenlande platzt. Ich weiß wo der Pool ist. Ja, da wo das Haar oben auf dem Haus ist. Hallo. Hahaha. Welchen Knopf denn? Erschreck mich doch nicht. Hier, von mir. Alter. Du verarscht mich. Versuch hier die ganze Zeit, äh, Reiner aufzuspionieren. Da wo die Hand ist. Da drüben. Und du machst mir so ne Angst, ey. Ich hab ja auch gar nichts getan. Hahaha. Hast du? Ne, du. Hey, jetzt sind wir drei. Reiner macht die ganze Zeit gar nichts. Der guckt sich die ganze Zeit den Boden an. Was im Traitor Shop? Ich warte drauf, dass die Hand gedrückt wird. Drück mal nochmal E. Ne, ich hab ne Railgun gefunden. Ich hab keinen Plan, ob die jetzt stark oder schwach gedrückt haben oder nicht. Im Traitor Shop. Könnt ihr dann irgendwie nochmal drücken? Ja, sofort. Anscheinend hat's nicht funktioniert. Einer fehlt. Erstmal will er mich wieder erschrecken. Erstmal wieder bei Sporty gucken, ob er nochmal vom Haus schreckt. Ich werd abgeknallt. Ich hab die Scheibe unter dir abgeknallt. Ey, ich kann nicht mehr... Du willst auch kein Traitor-Fester Wampi. Shadow bewegt sich. Der tut was. Shadow? Okay, dann ist er Traitor. Shadow ist schonmal Traitor. Ja, ich bin Traitor, weil ich mich bewege. Ja. Weil du es gerade nicht gemacht hattest. Scherze. Ah, gut. Kutsch. Wünscht mir Glück. Tschüss. Muss ich hier rein? Da stirbt man nicht? Ist ja da drin da. Das ist Wasser. Nein. Stört mich nicht. Ihhh, Wasser stört mich. Pfui. Waschen. Hey. Das ist doch gar nicht Weihnachten. Was ist los? Hey, warte mal. Das war doch hier, oder nicht? Wasser guckt mich so verdächtig an, Schicki. Nee, oder uns. Ich hab dich angeguckt, weil ich dachte, dass du reagierst, wenn Schicki hinter dir steht. Nee, guck dich an. Nee, eben ist er vom Haus schon gefallen. Das war lustig. Rainer is wounded. Warum? Weil ich ertrunken bin, halb. Vogel. Nee, hat Shadow erschossen. Nein, Shadow lebt. Nee, nee. Er hat Vampir erschossen. Ich stehe hier die ganze Zeit durch die Gegend. Er hat Vampir erschossen. Rainer taucht wieder unter. Wasak hat was in der Hand, was du nie sehen kannst. Eine Smokegranate, ja. Wir wollen Kisten. Sie können gar nicht wissen, was Wasak in der Hand hat. Ich möchte bitte, dass sie aufhören, sich hier hinter Kisten zu verstecken. Warum denn? Wasak will zu mir kommen. Komm ich nicht runter. Ja. Spring. Es gibt immer einen Weg runter. Einfach runter. Einfach runter. Ich will runter springen. Ich will runter springen. Ich hab ne scheißen Eifer. Geh weg. Lass mich springen. Warte. Vicky. Ich merke schon. Einfach runter springen und sterben. Und springen. Stehe. Stehe. Sporty, geh mal hinterher. Nein. Leck mich. Ich sterbe. Tschüss. Ich mach ein Foto. Es ist gestorben. Selfie. Nooo. Ich glaub Sporty ist jetzt gestorben. Wolltest du da unten rein, Rainer? Hier unten? Kommt man da rein? Links, 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 drunten. Da? Ja. Okay, warte. Aua. Aua. Schaffst du nicht mehr. Aua. 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 Was? Shadow? Du musstest am Anfang vom Wasser... Verrätst du mir wo du bist? Ja? Verrätst du mir einfach wo du bist? Ich bin hinter dir. Bist hinter mir? Ja? Kann ich dich dann abknallen? Weil du ja Sporty gekillt hast? Shadow läuft, Shadow? Ne, ich hab Sporty nicht gekillt. Du hast Sporty nicht gekillt? Ne. Guck mal, ich stehe auf K. Oh nein, was machst du? Was hast du denn dazu? Oh nein. Ich weiß gar nicht was ich machen soll. Ich hab dich gesehen. Oh, ich kann mich gar nicht bewegen. Hast du Shadow gekillt? Oh nein. Shadow. Schieß doch nicht auf mich. Ich hab niemand getötet. Eigentlich musst du ja Traitor sein, ne? Weil du bewegst dich ja. Ach so, bist du aggressiv oder warum rauchst du so? Weil ich mich bewege, bin ich Traitor. Ja. Ja, eben warst du. In uns saßt die ganze Zeit in der Ecke. Wow. Er stirbt. Wir sind gerade gestorben. So kein Baby. Hier. Leute. Warte, Sporty. Shadow. Shadow. Ist Shadow tot, dann ist es der andere. Äh, der andere. Shadow tot? Keine Ahnung. Hab keine Leiche gefunden. Hab keine Leiche gefunden. Ich bin nicht mehr. Okay, wo ist Shadow? Ich bin nicht, Mann. Du bist gerade in die Richtung gelaufen, auf einmal stirbt der Dete hinter dir durch ein Baby. Ich seh nicht mal, das ist die Leiche. Ja, das frage ich mich auch. Ja, Baby auch. Der Baby schlug auch aus deiner Richtung. Gleich ist weg. Ja, jetzt kann sie spawnen die Leiche erstmal. Weiß er gar nicht mal mit schickig Spaß haben mit seiner Leiche. War ein Prima. Shadow, soweit ich dich gefunden hätte, er dich dich erschossen. Ihr habt euch auf einmal bewegt. Aber das Wampy Trader war mir dann auch bewusst, aber ich wollte es nicht einfach abknallen. Aber das Shadow Trader war klar. In dem Moment, wo, äh, Sporty mich runtergeflogen ist, äh, war Shadow auf einmal nicht mehr auf seiner Position. Alles klar. Alles klar.